So, es geht ab in die Türkei. Wie fandest du deinen Geburtstag gestern? Es war wirklich übertrieben schön und ich bin dankbar, so tolle Menschen um mich herum zu haben. Ja, danke. Man hat seinen Arsch gestern aufgemacht für zwei Sätze. Dankeschön. Was hast du da zu essen geholt? Antipaste Italien, aber hat nicht geschmeckt. Jetzt steht auf Wohl, danke. Ich küsse eine Glotze, die glänzt wie Diamanten. Erklärt mir mal ganz kurz das. Was hat das mit Kunst zu tun? Was ist das? Das ist ein Gedenkschutzmarkt von 1931. Okay. Okay, Leute, da hinten müssen wir gleich einchecken. Wir sind bereit. Bist du bereit? Seid ihr bereit? Diamanten! Ey, boah. Bist du aufgeregt? Du liebst fliegen, wa? Ich hasse es. Ich hasse es so krass. Wunderbar. Zieh mal deine Maske an. Hast du Maskenbefreiung oder was? Wolle, sie meint's ernst? Sieht Maske aus, wenn sie redet. Ey, boah. Sie denkt immer noch, diese Hand rettet sie, wenn sie landet. Bist du jetzt sanft gelandet, weil du so gemacht hast? So Leute, wir sind angekommen. Ola, siehst gerade einfach aus wie ein Luis Carlos. Gib mir mal einen Blick wie Luis Carlos. Ja, ja. So, wir sind jetzt einer der Letzten und Luis hat den Koffer einfach immer noch nicht. Wo ist mein Koffer? Wo ist mein Koffer? Ola, ich hab schon geschwitzt. Was sagen sie zu ihrem Triumph? Die Jindauis machen das Unmögliche immer möglich. Wir wollen umbringen, aber dann, aber dann. Ey, ich hab das so vermisst, wieder zu sitzen und zu essen in Restaurants. Ist jetzt hier kein Restaurant, aber man sitzt und isst und ist einfach Burger King. Wenn ihr denkt, Haram, das ist ein Original-Helal-Zertifikat. Das heißt, 100% Halal. Ey, boah. Abi! Musik ab, Musik ab! Musik ab! Es ist ein bisschen weg, es ist ein bisschen wahr. Es ist ein bisschen weg. Was isst du da? Pookie. Aha, aha. Yummy, yummy. Du siehst aus, wie er zieht deine Maske jetzt an, reicht. Vor dir uns beleidigen. Bohrmaschinen, Bohrmaschinen. Ola, ne? Diese. Ola, Telerimba. Wenn ich kauft, ich kriege Bohrmaschinen in dein Kopf. Hey, boah. Was ist los, Mila? Ich glaub euch nie wieder. Ich werd euch nie wieder glauben. Warum? Was hab ich denn gesagt? Scheiße auf diese YouTube-Sache. Wir sind doch nicht hier wegen YouTube, Willi. Wir sind hier wegen meinen Zähnen. Ich kann doch einfach nicht allein bleiben. Wir kommen doch wieder in ein paar Tagen. Ich hab euch so vermisst. Weil du bist der, der mich beschützt. Nicht ich. In ein paar Tagen sind wir wieder da. Und dann kannst du bei uns schlafen. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Ich werd euch nie wieder glauben. Wo haben wir dich denn angelogen? Nein, aber ich werd euch nie wieder glauben. Ey, boah. Yalla, let's go. Spielst du Fussball? Wo ist der Ball? Links unter der Gardine. Was redest du? Was redest du? Spielst du Fussball? Wir sind in einem geschlossenen Raum. Können Sie bitte die Maske anziehen? Zieh die Maske an, Mann. Willst du dieses Handy? Ja. Gebt euch. Bam. Nein, hast du's gemacht? Magic. Hey, boah. Ab, you know YouTube? 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 Nee, aber? Ich bin in Almanya. Ich mag YouTube. Das ist Kamera. Kamera? Ja. Ja. So Leute, jetzt noch ein Mocker. Heute ist Ausgangssperre, aber nicht für Touristen. Es ist Samstag in Istanbul. Cool. Leute, gebt euch. Lotti Karotti ist hier. Zip Zip Tapsan. So, nachdem Leute versucht haben, uns im ersten Hotel auszurauben und wir das dann friedlich klären konnten, haben wir das Hotel gewechselt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Hey, boah. Hier oben ist ein Sensor, der piept. Es piept und ich werde einfach behindert. Ich werde einfach behindert. Es soll einfach aufhören zu piepen. Jetzt ist einer vom Hotel gekommen, der meinte, er braucht 15 Minuten, dann wechselt er den aus. Aber meine Ohren, ich halte es nicht mehr aus, ey. Okay. Signal, Jok. If Signal war, I call you. Okay? Telefon. Gut? Okay, gut. Meine türkische Katastrophe, ja. Ah, die türkische Jok. Ja, wo ist die Visa hingegangen, ja? Visa? Du bist hier? So Leute, wir sind jetzt in einem anderen Hotel, weil wir dort gejagt worden sind. ậpium mit Komet. Nein! Los, endlich ist Essen angekommen, ich sterbe vor Hunger, ich kann nicht mehr. Du, ähm, Pizza? Pizza in Bolognese! Zeig mal. Leute, wisst ihr wie viel Stress wir hatten? Erstmal dieses Stress, dass da irgendwelche zwei Männer vor der Tür standen und irgendwas machen wollten. Ich schwöre Leute, ich hatte so viel Stress. Und dann haben wir die ganzen Sachen schnell gepackt, sind wir gegangen. Jetzt sind wir endlich hier. Und wir essen etwas. Mit dieser Aussicht! Diesen Moment teilen wir jetzt mit euch. Aywa! Chorba! Ey, nöder, wallah, ich bin einfach auch. Lecker! Chorba! Abudu! So gelist es in den Lischens, in den von den Lokos. Ne, die leckerste Chorba, die ich in ganz Istanbul gegessen habe. So Leute, ich bin es nochmal. Ich wollte nur sagen, die GoPro haben wir auf diesem Essenstisch dort vergessen. Und dann hat irgendein Typ einfach die Kamera angemacht. Ich verstehe aber nicht, was er sagt. Schreibt mal in die Kommentare, was er da redet. Es gibt zu den Augen nicht, dass ich eine solche Schreibung liebe. Und dann bin ich, was nicht so dumm, was er so dumm, was er? Ich will auf dieilot. Dann habe ich meine pumpkin. Deswegen Radio am Essenstisch. Ich bin echt freue. Ey, dass ich da sehr gut bin, ist nicht nur. Kommission beidmet, ich bin super? Ich bin so gut, ich bin so wohl. Meine Damen und ich bin so gut. Ich bin so gut dran. Ich bin so gut, ich bin so gut. Wie flos ich? Es gibt so richtig und so viel. Die fahren, die sind so gut. Gehen wir wissen nicht, was ich so gut? Feliz Navidad con Asmero Ranto, Felicidad Sieben des Werdos, Werdos Dias, oh How much in Lach? Cappuccino So, das ist unser letzter Tag in der Türkei, wir müssen noch einmal heute zum Arzt, aber bevor wir zum Arzt gehen, geben wir jetzt erstmal Mila ein Geschenkrupp Guck mal bitte, wie die Fahnen sind, aber come on Saul, Abi, Saul, how much in Lach? On each On each, was ist on each? Was heißt 20? Abi, nicht on, on on Thank you Thank you Assalamualaikum Ewa This is money, money is money, lad Diamanten Warum steht da 3 plus 4, 7? Jetzt weiß ich, wer am Beethoven ist, ein türkischer Mathematiker Aha, aha So Leute, wir haben mir jetzt ein paar Haarreifen und so geholt, ein paar Haargummis, ich liebe immer sowas und Mila mag das auch richtig, ne, sie liebt einfach Mila über alles, so waren sie richtig so schön, weißt du wie sie ist? Wie kümmere ich mich schon um dich, du Kaka? Nein, ich kümmere mich auch richtig schön um Mila, aber das ist so schön zu sehen, dass du so ein richtig guter Bruder bist, einfach, weißt du? Okay Oh Geh mal weg, ja, das ist ein bisschen angreifen, was ist mit dir? Ich bin nach, Gino Hoppe zu einer schauze Geh mal weg, ja, das ist ein bisschen Geh mal weg, ja, das ist ein bisschen Oh, meinst du Murat Skatebot ist da? Komm her, komm her Du kennst Murat? Murat Skatebot Ich weiß nicht Du kennst ihn nicht? Ich weiß nicht Okay, alles Ist du da? Chicken wing, chicken wing Komm bei der Kamera, chicken wing Chicken and Macaroni Chicken and Macaroni Leute, es geht los, wir testen uns jetzt auf Corona Du musst diese Vibes haben, dass du gesund bist, dann kommt raus, dass du negativ bist Nicht, ich warte auf dich Sie hat mein Gehirn burillt, ja Sie wird dein Gehirn burillen, 100% Wir haben die Corona Test jetzt hinter uns Wir sind wieder im Hotel und wir haben einen Helium Luftballon gefunden Sag mich so, wir kommen rüber mit Penner Wir haben einen Helium Luftballon gekauft Ach so Was ist denn die Aufgabe? Du musst so viele türkische Wörter sagen, die dir einfallen Boah, weißt du, dass Helium drin ist und nicht, dass ein türkischer Onkel da reingefurzt hat Was? Was ist das eigentlich? Guck mal, Olli bist du... Olli bist du hier? Olli bist du hier? Olli bist du hier? Olli bist du hier? Warte ich Baller mit dem Letzten In der Nacht Para Ismany Ismany Oha. Oha. Ich liebe dich. Ja, ja. Hey, boah. Guten Morgen, Amerika. Wir checken jetzt aus, Leute. Wir fahren zum Flughafen. War schön, war schön. War sehr schön, aber ich vermisse Deutschland, oder? Ich will einfach nur nach Hause. Ich will einfach nur nach Hause. Wow. Wir sind jetzt endlich zu Hause angekommen. Ich war jetzt noch duschen. Ich habe gerade schon gesehen, Nada ist schon penggeblühen.